Vor der Küste Südkaliforniens hat sich wegen eines Lecks in einer Pipeline ein Ölteppich im Meer gebildet. Nach Angaben der Behörden sind knapp eine halbe Million Liter Öl ins Meer geflossen. Strände in der südlich von Los Angeles gelegenen Ortschaft Huntington Beach sind für Besucher gesperrt worden. Tote Fische und Vögel sollen angeschwemmt worden sein. Das teilt die Bezirksabgeordnete Katrina Foley auf Twitter mit. Die Bürgermeisterin von Huntington Beach, Kim Carr, spricht von einer unglaublichen Umweltkatastrophe. Einsatzteams hätten Barrieren ausgelegt, um bedrohte Feuchtgebiete vor der Zerstörung zu schützen. Seit Samstag soll Öl aus der defekten Pipeline ausgetreten sein. Sie befindet sich mehrere Kilometer vor der Küste und ist mit einer Ölförderplattform verbunden. Die Betreiber teilen am Sonntag mit, Taucher würden die Ursache des Lecks untersuchen. Die Förderung sei vorübergehend eingestellt worden. Seitdem sei kein weiteres Öl ausgetreten, so Firmenchef Martin Wilshire. Der Küstenwache zufolge erstreckt sich der Ölteppich über eine Fläche von etwa 33 Quadratkilometern. In Huntington Beach sind Spaziergänger und Surfer angewiesen worden, den Strand zu verlassen. Eine für Sonntag geplante Flugshow, zu der tausende Schaulustige am Strand erwartet worden wären, musste kurzfristig abgesagt werden.